Howdy, liebe Freunde. Ich muss leider gleich weitermachen, denn wir sind mitten in der Mission. So. Und ich reite jetzt dem Mr. Ricketts hinterher. Begleite Landon. So. Habt's geschneit? Oh, ist er so? Scheiß. Tut mir leid, Freunde. Äh, die Verbindung ist grad wieder abgebrochen. Erledige die Fahrer, ohne die Kutschen zu demolieren. Scheiß Virtual Controller. Freunde, ich hol mir einen Controller. Ist ja gut, ich hol mir einen. So. Wie komm ich jetzt? What the fuck? Warte mal. Also, die vorderst du, oder wie? Erlege die Gefahr, ohne die Kutschen zu demolieren. Oh, I got it. Hey, get the devil work. Come on. Come on. Yeah, fucking fun. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Boah, ich knall die mal besser. Ja. Scheiße. Oh Mann. Oder soll ich einfach mir die Kutsche dann schnappen? Ich weiß es nicht. Nein, dann fang ich jetzt doch mal mit der hinteren an. Wie die geliefert? Alter, aber das ist so. So. Ja, mach. Ich nehme... Ich hole mir die anderen noch. Let's go. Zack. So, jetzt nur noch der Fahrer. Come on. Bad Eye. Steig auf die Gefängeskutsche. Alles klar. Als Begleiter mitfahren. Nein. So. Bring die Gefangenen nach Amerika. Alles klar. Faffi, kommen sie mit? Faffi bleibt stehen. Das war es doch aber noch nicht. Das war es doch noch nicht. Ricketts ist da. Jawohl. Alles gut da hinten? Zack. Oh oh. Ah, verdammt. Nein, nein. Verdammt. Ah, kommt her. So. Okay. Jetzt auf das Fass. BAM. Die reiten wir einfach um. Und weiter geht's. Oh Gott, Alter. Da unten. Fuck. 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 Oh, wir sind in Amerika, Freunde. Wir haben es geschafft. Irgendwie haben wir es geschafft. Bitte schön. Wo ist dein Hut? Ricketts? Hast du verloren oder was? Was? Auch jeden. Es war schön, dass du mit dir mit dir mit dir bist. Herr Ricketts. Und du auch. Du hast mich zurückgebracht. Du hast mich zurückgebracht. Geh zu Luisa. Sie wird dir helfen. Und sie ist gut verbunden. In das andere Land. Ich hoffe, dass du dich findest, what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. How do you Ricketts? If you say so, Marston. If you say so. Nice. Das ist mein Smoken. Okay, dann haben wir Ricketts jetzt abgeschlossen. Nice. So, wenn wir jetzt gerade in Amerika sind. Weißt du was? Dann setze ich mir hier mal einen Marker. Und zwar müssen wir schon nahe Herausforderung. Schatzsucher Level 3. Meisterjäger. Heute 5 Kojoten. Können wir hier auch mal gucken. Überlebenskünstler. Sammler 8 Büsche. Die ist Corona. Ist das drüben? Schieße 5 Kaninchen ab. Okay. Ja, wir können auch Kaninchen und Kojoten hier mal gucken. Oh mein Gott. Ich will es gar nicht tun, Freunde. Es tut mir so leid. Bleib hier. Aber wenn es schon mal da ist, Freunde. Kaninchenfleisch. Kann ich denn hier vielleicht noch einen Köder legen? Wenn hier schon ein Kaninchen ist. Habe ich noch Köder? Ja. Das ist vielleicht eine blöde Stelle für den Köder. Da. Oh mein Gott. Meisterjäger Menüeintrag aktualisiert. Wir haben, wir haben, wir haben das Kaninchen. Mit dem, mit dem Geweih. Oder? Gehäutete Hasenböcke. Bockgeweih. Das war es doch, oder? So, die Frage ist, kommt jetzt hier noch mal ein Kaninchen oder war das das dann? Oh, hat er die Textur. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Komm her. So. Dem haben wir auch geholfen. Aber ich habe hier ein Kaninchen abgeknallt. Da. Was ist das so gut jetzt? Wo rennst du denn hin, Junge? Da ist noch eins. Ich will nicht. Tut mir leid, Pferd. Scheiß, wo sind die denn jetzt hingerollt? Hier. So, aber dann ist gut. Ich habe das nicht gerne getan, Freunde. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal festhalten. Noch eins oder was? Eins müssen wir noch, Freunde. Okay, das war es mit dem Köder. Das sind keine Kojoten. Was ist das? Ist das ein Kaninchen? Nein. Ich nehme es trotzdem mit. Alter, jetzt hänge ich hier die ganze Zeit an dem Hang hier ab. Kojotenfleisch? Ach ja, stimmt. Das war ein Kojote? Gut, Kojoten haben wir. Da liegt hier vielleicht noch irgendwo ein Kaninchen rum oder so. Was ich vielleicht übersehen habe. Puma-Fleisch. Lass dich nicht stören. Scheiß, ich brauche noch ein Kaninchen. Komm jetzt. Ich will den scheiß Köder jetzt nicht benutzen wegen einem Kaninchen. So. Jetzt gucke ich nochmal schon nach. Herausforderung. Überlegungskünstler, der wir sammeln. Schmetterlingskraut. Sieh eine Karte. Schieße fünf Kaninchen ab. Heute fünf Hirsche. Erlege fünf Hirsche und heute sie. Das können wir machen. Können wir uns heute diese Folge ein bisschen auf heute konzentrieren. So. Dann lass mal kicken. Guck mal hier. Fort Mercer. Da muss es ja Hirsche geben anscheinend. Da reiten wir mal hoch. Und da hole ich mir ein paar Hirsche. Die sind ja auch nicht so schwer zu übersehen. Äh. Die sind auch nicht so schwer zu übersehen. Die sind auch nicht so leicht zu übersehen. Ich check's jetzt grad gar nicht. Es ist zu später Stunde, Freunde. Die sind nicht so leicht zu übersehen. Die sind ein... Warte mal, hä? Die ist denn richtig? Die sind... Die sind leicht zu übersehen. Die sind nicht leicht zu übersehen. Ja, die sind nicht leicht zu übersehen. Jetzt stelle ich auch auf den Schlauch. So. Züge schmales hier wer. So, dann schauen wir mal. Fort Mercer. Guck mal hier. Aber das ist auch kein Hirsch. Trifft den Revolver halt an der Mauer? Warte. Da kommen wir mal den mit. Was geht hier? Richtig ist noch gar nicht abgeschlossen, oder was? Howdy, guter Mann. Kann ich behilflich sein? Mein Name ist Leon. Kannst du mir helfen, zu den Faden zu kommen? Eine Gang ist es als Husten. Und es gibt viel Geld. Wir sollten uns über diese Wände zu kommen. Du bist stärker als ich. Du schaust über die Wände und dann findest du einen Weg, um mich in zu lassen. Alles klar. Gehst du in Deckung? Wie komm ich da hoch? Wie, 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 ach so. Der guten alten Räuberleiter, alles klar. Öffne die Türen von innen. Alles klar, mach ich. Aber erstmal muss ich hier... Die Bude leer rollen. Ganz allein. Das wird ja so schwer nicht sein. Guck mal. Guck mal. Gut weggeschossen, Junge. Wir plündern hier gleich alles, Freunde. Jetzt haben wir doch ein paar Mannen hier. Zack. Entdeckung, Masten, Alter. Entdeckung. Wahrscheinlich sind alle versteckt. Egal, schießen wir. Oh, fuck, wo? Okay. Nice. Alter, wo kamen die denn jetzt her? Mann. Ah, ich steck fest. Mann, Gott, Maus. Du brauchst ja gar nicht davon kriechen, Junge. So, bevor ich da aufmache. Jetzt loot mal die alle. Banditen-Outfit. Bandito-Outfit-Menü-Eintrag jetzt zugefügt. Okay. So, den hole ich mir noch. Zack. 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 Was wir hier für eine Kohle machen. Ich habe mir nicht einmal Munition gekauft, Freunde. Zack. So, dann machen wir die Bude auf jetzt hier. Das ist dann Fort Mercer abgeschlossen, oder? Zack. Die Junge, die sind alle tot. Geh in die Schatzkammer. Na, dann zeig mal hier. Wow. 165 Dollar. Okay. Fort Mercer abgeschlossen. Nice. Also sind doch jetzt schon wieder neue Banditen da gekommen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ne, das sind nur irgendwelche Leute. Ruhm plus 50. Zack. Wir nehmen hier schön alles mit. Okay. Dann würde ich sagen, können wir wieder einen Abgang machen. Ups. Ah, guck mal hier. Guck mal hier, was das hier noch alles gibt, Freunde. Da komm nicht durch. Da bestimmt auch nicht. Doch. Okay. Wunderbar. Dann machen wir einen Abgang. So, wo jetzt hin? Ich guck nochmal ins Journal. Hier haben wir fünf Kaninchen. Also ein Kaninchen fehlt noch. Und Hirsche wollte ich hier holen. Pfeffi. Da ist er. Das ist doch schon so ein Hirschgebiet hier. Ich meine, ich könnte da mal einen Köder auslegen. Oh Gott, nee. Wie so ein Luchs am Start. Ich brauche Hirsche. Oh Gott. Ich würde doch woanders schauen. Hier gibt es halt noch. Hier könnte man noch gucken. Aber der ist ja das gleiche in grün. Oh oh. Da komme ich auch nicht runter. Hey, come on. Hier muss es doch irgendwo Hirsche geben. Vielleicht, weil es am Tag ist. Deswegen. Pfeffi, bitte. Vorsicht. Vorsicht. Gut, dann machen wir es mal so. So, jetzt sind wir hier. Theoretisch genau im Hirschgebiet. Wo ist er hin? Wo ist er? Ah, wo ist er hin? Scheiße, ich muss mal... So, jetzt habe ich, glaube ich, erst mal drei, ne? Ich muss ja auch häuten. Nicht, dass die Leichen dann weg sind. Also die Kadaver. Sagt man eigentlich Leiche bei Tieren? Nee, ne? Man sagt nur Kadaver, oder? Bokkewe, ist das jetzt richtig? Nee, das war jetzt ein Hirsch. Hirschfell, Hirschfleisch. Aber ein Bock ist was anderes. Das war wieder ein Bock. Mann. Lieber nicht. Mal lieber ein Abgang. Da liegt er. Hoffentlich war das jetzt ein Hirsch. Das war auch ein Bock. Scheiße. Scheiße. Na gut, aber wir sind hier schon in der richtigen Gegend. Die sind alle nach da unten. Schauen wir mal, vielleicht... Steppenläufer, Steppenläufer! Ist das ein Hirsch? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Voll im Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, geh weg! Ist mein Hirsch. Wenn es einer ist. Bockgeweih, wo er... Wie sehe ich, dass das ein Hirsch ist? Woran erkenne ich das? Das ist ja eine miese Nummer, ey. Tausend Böcke geschossen. Ja. Zeit ist gleich rum. Na gut, das werden wir die Folge nicht mehr schaffen. Aber wir sind auf jeden Fall ein gutes Stück vorangekommen, Freunde. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ist das Pferd wieder tot? Oder ist das... Also Phobos hält da mehr aus. Na gut, egal. Ich... Pass auf. Ich muss jetzt erstmal speichern. Neben dem toten Pferd, ey. So, einfach... Ach nee. Ich muss ja erstmal... Erstmal muss ich ja... Was haben wir hier? Wollen wir hier? Kann ich das... Mietbare Immobilien? Nee, will ich nicht. Mietbare Immobilien. Leerstehende Immobilien. Komm. Das hole ich mir mal. Du brauchst ja einen besseren Platz. Warum? Hier ist doch super. Ach so. Weil Wasser und so. Muss ich erstmal hier hochkraxeln irgendwie. Oh Gott, nein. Na gut, so kann ich auch schnell reisen. Dann bin ich zwar nicht bei der Immobilie, aber... Bei einem Speicherpunkt. Da komme ich jetzt bestimmt... Jetzt lädt das wieder lange. Da komme ich in Armadillo raus. Okay, Freunde. Dann sage ich erstmal... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen... Zur nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt ein Ende... Mit der Aufnahmesession. Das heißt, vielleicht ist... Ab der morgigen Folge... Schon ein Controller im Einsatz. Mal schauen. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.